Moin moin und willkommen zurück zu Geldwas 2. Ich stelle jetzt nicht jeden Einzelnen in der lustigen Runde vor. Dann sind die ersten 5 Minuten hier schon weg. Was machen wir hier in der grasgrünen Schwelle? Zwei Beherrschungspunkte sind unser Ziel. Hier oben, ganz in der Nähe vom Packlager. Mal sehen, wie wir da hinkommen. Sollte jetzt ja schon gerade Nacht sein, ist eigentlich schon der Kopf da unten? Nö, der dauert noch 15. Ach, dann klöppeln wir uns hier ein bisschen was. Klöppeln wir uns hier gegen schön. Oh, das ist jemand, haut da jetzt aber ganz schön in den Tasten rein. Und das bin nicht ich. So, gleich ein Champion hier unten. Hm. Äh, Sascha, wollen wir uns Banner teilen? Äh, kannst du uns noch was anderes ausführen? Also, ich habe schon die beiden drin. Was anderes brauche ich hier nicht. Ja gut, dann nämlich Siegel. So, hier hinten ist irgendwas. Da schauen wir mal vorbei. Du nimmst beide Banner mit, ja? Äh, nö, habe ich vergessen jetzt. Nö, voll die Puls. Nein, ob die mitnimmst du dann nicht, aber grundsätzlich hast du sie dabei. Ja, grundsätzlich habe ich sie jetzt dabei. Gut. Dann nehme ich mit, Wilderstoß. Äh, wo ist es dann? Seit wann hast du überhaupt einen Krieger? Schon lang. Aber halt, äh, nix mitgemacht. Achso, okay. Jetzt muss er erstmal mit dem neuen, schönen Rücken geprahlt werden. Genau. Bisschen posen. Tja, dann auch einen schönen Rücken kann entzünden, ne? Ja. Oh, irgendetwas aufzusammeln. Achso, Sammelpunkt da, ja, gut. Irgendwie da fragt man sich dann Guild Wars, was mache ich hier eigentlich? Ja, dummes Zeugs. Ja, so eine Rückenteile sammeln, ne? So sieht man ja, ne? Das hast du jetzt aus den Faktan rausgebastelt, oder was? Ja, so. Ja, und dazu halt noch, ähm, na, wie heißt das? Die Ledgy-Gabe halt, da, mit den ganzen T6-Materialien, Gabe Holz, Gabe Metall, und dann hast du's. Achso, okay. Ja, kommt aber gut was an. Was war das denn? Keine Ahnung. Könnte sein, dass man bei mir im Hintergrund noch irgendeinen Stream hört. War das gerade irgendwas mit Fak? Ja, ich weiß es nicht genau. Ja, das war dann der Stream von Melty-Teapot. So. Da vorne für'n Gesterbe. So, 56 Sekunden noch. Dann ist das hier auch mal. Dann ist das hier auch mal. 10 Sekunden. Oh. Joa, hier macht sich Durchschuss auch bezahlt. Ja, ja. Süße, süße Schatz. Yeah. So, Schlafkätzchen. Können wir, wohin laufen wir? Nach Norden, oder was? Äh, ja, da ist ja was. Solange noch kein Copter da ist. Können wir da ruhig lang? Ach, da seid ihr. Äh, da muss man hoch, ne? Ja. Na, nehm' wir mal. Den Wind. Na, nehm' wir mal. Wenn der Frachtschiff drohe. Wir gehen hier an den Aufwind, dann schauen wir auch mal nach. Ach, ich glaube, das nächste ist... Ich glaube, das nächste ist... Upp. Ah, okay. Da hinten bei dem Feuer. Ja. Wo? Oder doch nicht. Wo das nächste Wind ist, frage ich mich gerade. Hier unten, ne? Da scheint er... Nach dem Bergen. Ne, das ist... Will mich das Ding denn jetzt hinführen? Soll die jetzt oben? Ah, vom Pakt-Sammelpunkt. Okay. Ja. Ich geh mal Pakt-Lager. Das ist verloren gegangen. Oh, bin auch auf dem Weg. Das wird dein nettes Sümmchen einbringen. Oh. Äh, glaube ich. Moment, Pakt-Lager. Wohin? Da. Da, wo wir gleich dann... ...gen Himmel fliegen. Aua. Oh, da kommt so ein dicker Noren aus dem Himmel. Juhu. Das waren aber zu viele. Ich hab' dir erst gesehen, das wurde richtig dunkel. Tötet sie! Schnell da! Aber mein Bergen ist noch nicht voll. Oh. Einer fehlt noch irgendwo. Ah, da. Ja. Oh, 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 oh. So. Ja, im Süden wäre ein Event. Kann man machen. Ja. Brücke kurz rüber. Machen wir da mal hin. Wer hinterlässt denn hier so eine Dunstspur? Da muss doch vorne jemand sein. Dunstspur? Ich glaub, das ist meine... Seinste. Ach so, was Grünes. War das auf jeden Fall eben. Ach so, ne. Grün hab ich nicht. Ich glaub, so kleine... ...helle Fußtapsen. Ach so. Ne, das war's nicht. Das war richtig... Ne, das war so richtig schöne... Content-Streifen, wollen wir mal so sagen. Ja. Ja. Äh, paar Wochen nicht gewaschen. Ja. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich bin down. Danke. Okay. Ich kämpfe für den Fakt So Ja, ich komme nicht weiter Ach, da wird gerade eine Wand gebaut Hm? Da wurde zweitige Wand gebaut Ja, ja Da weiß ich auch, woher die Dutschspur kommt Das ist von dem einen Nekro, der hier immer rumläuft Genau, genau So Das nächste ist hier unten Ah, da Geht, geht, geht Auch schon fertig Das muss gleich zu einem Sammelpunkt Und zwar schnell Kommen wir eigentlich wieder hoch Der Meer oben Ja, ja Ich sollte diese Vorräte nicht einfach so hier rumliegen lassen Oha, was denn da los Ja, der eine Sammelpunkt ist schon wieder weg So ist es immer so Oh, keine Wunnen voran Oh, keine Wunnen voran Meine Schleffe, wächst an Ah, Bücken Ah, Bücken so ein norn sagt nie hilfe na gut ich liege er sagt immer nur ich werde es mir merken erfrischend so oder zum blöde pilz will er auch noch mitspielen und Und der Ditschi liegt schon wieder. Ne, ne, ich stehe. Ach ja, gerade so. Ne, ich stehe. Ich bin ja das Bollwerk. Süßer, süßer Schatz. Den Göttern sei Dank. Wir haben durchgehalten. So, jetzt fahren wir eigentlich rüber zum Packlager. Gut. Wiederholen. Ist ja schon wieder verloren gegangen. Ja, und dann machen wir Mama und dann können wir die, ähm, können wir da ja mal hochfliegen. Jumping Puzzle. Der Packt ist auch wirklich für nichts zu gebrauchen. Hier mal deren Hauptlager zu halten, das ist ein Ding der Unmöglichkeit für die. Oh, 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 oh. Meine Stärke wächst an! So, ich glaube noch. Ach, soll ich das machen. Ne, immer noch nicht. Also normalerweise müsste doch jetzt gleich der Hauptler kommen, oder? Ja, so wie es frei ist, glaube ich, ne? Ja, vertreibt die Morderin, da ist noch ein bisschen was. Wo kommen die denn jetzt? Oh, wo kommen die denn jetzt? Oh, wo kommen die? Wollte ich gerade sagen, ey. Oh, ich muss weg, ich muss weg. Und da sind ja auch noch welche. Ja, ja. Gerade mal. Hier sind gerade richtig viele. So, ich port neu. Okay. Ja, danke. Bitte. Oh. Au, 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 au. Ach, du meine Güte. Oh, ich bin da. Scheiße. Ja, kurzen Schritt zurück. Quatsch. Einfach schön drin stehen bleiben. Der Healskill ist ja auch echt scheiße, ne? Aber es werden weniger. Eine noch. Ach, da hinten noch, okay. So, irgendwo. Dahinten ist noch ne Dschungelranke. Ja. So, geht doch. So, jetzt können wir auch nicht kommen. Ja, da ist er. Ach, da ist er. Gut, dann machen wir einen kurzen Cut, bevor wir in den Himmel steigen. Bis denn. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss.